Oh mein Gott, Leute, seht ihr dieses Spiel? Donkey Kong Country Returns, es ist back. Ah, Returns is back. Ja, drücke über den Club, mach ich. Wie lange habt ihr darauf gewartet, dass ich endlich dieses... Moment, ich muss noch mehr Zeit, ich muss noch nicht richten, so. Dieses Let's Play fortführe, ja, es hat lange gedauert. Und nun bin ich wieder mit am Start. Ich glaube, es waren acht harte Monate, in denen einige von euch sicher sehnsüchtig darauf gewartet haben, bis ich endlich, bis ich dieses Projekt weitermache. Und ja, es ist ewig her. Ich werde es auch ohne diesen Rahmen machen, den ich letztens gemacht habe, bei anderen Projekten. Und ja, ich habe die Höhle jetzt komplett gemacht. Also, sprich, Tempel plus Puzzleteile. Ich weiß nicht, habe ich bei den anderen Levels auch die Puzzleteile gesammelt? Also, ich weiß nur, dass ich... Puzzle, Puzzle, Puzzle... Demnach, ja, okay, gut, das heißt, ich mache 100% also alles mit Puzzleteile und Dingenskirchen. Und ja, wir sind jetzt hier im 5.2, hier sind wir stehen geblieben und ich würde mal sagen, wir gehen einfach weiter und let's go. Ich muss mich auch wieder mal an die Steuerung ein bisschen gewöhnen. Und es ist jetzt schön, wenn man in der 5. Welt einfach mal starten wird. Ohohohohoho. Denn, naja, mit Steuerung und so muss ich mich noch mal neu gewöhnen. BAM! Ich muss doch nicht sagen, die Grafik ist immer noch so richtig geil. Ich sehe nichts versteckt. Nein. So. Ah, da ist schon Deddy gekommen. Hallo, Deddy, mein Kumpel. Fliegen! So, Pusten könnte man auch, ja? Ach, ja. Und? Schnell rüber! Oh nein, diese kleinen Bärchen... Da oben war doch was. Bärchen... Ah, WTF? Okay... Das war nicht gut. Failtastic. Da oben ist doch was versteckt. Ah, nein! Aua! Ähm, da oben ist doch was versteckt. Ähm, da oben ist doch was versteckt. Ähm, keine Ahnung. Mal schauen. Hilfe! Spuren! Boah! Gitt! Jump! Jump! Und? Festhangeln. Schön gemacht, IK. Eine Schlange. Ich mag keine Schlange. Stirb! Äh, ja. Ich kann keine Schlangen töten, indem ich auf sie springe. Okay. Nintendo, das habe ich schlecht gemacht. Und rüber. Was ist hier drin? Ach, ne Münze. Und? Wuhuuu! Was zum? Hilfe! NOOOOO! Uaaaaaah! Wow, schau mal das K. Und rüber. So. Ah. Didi, mein Freund. Toll. Ah. Boah. Fleder. Mäuse! Ah. Hab ich die... Wie hab ich die Fledermaskale gekillt? Nein! Ah! Komm! Ah! So. Hier hoch. Und wir drehen jetzt ein Puzzleteil. Nummer 1 von 5. Schön! Ach, wie freue ich mich wieder auf dieses Spiel. Ah! Safe Point! Ah! Ah! Ich hab schon den Weg nicht mehr angefasst und da oben ist ein Geheimlevel. Das ist doch ein Blinder mit Kuckstuck! Ah! Und... Auch! Schön! Und rüber! So, ich hab nur einen Versuch, das weiß ich noch! Schuss! Dann legen wir mal los! Ach so, das war so eins. Okay, das war einfach. Du, 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 du! Ah lalala, kleine Vögel fliegen rundherum. Zum Glück machen sie keinen Schaden. Das wäre natürlich fatal. Du, 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 du! Ja, wir sind die Besten! Jeeeeee! Wuhu! Ja, ähm... Ach, ja... Ja, scheiße. Nein, Didi. Aber hier ist wieder Didi. Bam! Ins Gesicht. Na toll. Ich werde dieses Projekt hochladen. Ich werde nach Pokémon Terra denken. Sobald dieses Hörenprojekt vorbei ist. Hier in der Bühne ist ein Potezio! Oh, schön. Oh, was... Woooooow! Woah, hoch hier. Und hoch. Ist hier irgendwas? Irgendwas? Also, hier? Hau! Hier ist er. Ich vergiss immer, dass ich hier rutsche. Okay, rüber... und hoch... Moment... wow... Nee, ich glaube da oben komme ich nicht lang, aber... Na, warten... So, jetzt... Oh, das ist doch für Bananen, ne? Und ich dachte, da wäre was Großes dran! Ah, schnell runter, runter, runter! Und hier hoch, 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 hoch... Ist hier oben irgendwas? Nö, hier ist nix... Was sind denn da für Teile hier? So komische Dinge? Hier... rum... fliegen... rum baumeln... BAM! WHAMS! Nein, ich wollte die Pflanze da oben töten, aber okay... Dann nicht... Hm... Mir fehlen noch ein paar Puzzleteile und ein paar Buchstaben... oh mein Gott... Achso, ich verstehe... Ich muss jetzt den Moment loslassen... Jetzt! Oh, das war gut... Da unten ist noch was... Achso... Ich will das N... Okay... So... Und hoch... Ey... Und wer? Ich will hoch... Geht doch... Danke... Und rüber... So... Wow... Und da drin ist ein Herzchen... Oh, schön... Eine Schlange... Hurra, wie habe ich die vermisst... Nein... 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 Hier ist nichts... Wow... Wow... Dreh dich... Mann... Boah... Hätte ich doch noch ein bisschen... Unpräzise... Wie ich finde... Aber... Okay... Ah... Ach du Scheiße... Okay... Nein... Ähm... Wie mache ich das hier? Achso... Ja... Ich könnte mich auch einfach noch festhalten... Nein... Ich habe keine Oh... Verdammt... Das Level muss ich neu machen... Aua... Scheiß Vieh... Oh Mann... Was? Ich habe sie getötet? Ich kann man töten? Das muss ich selber nicht... Sterb... Sterb... Das Bärchen... Bissiges Bärchen... Hehehe... Lustig... Ähm... Elf... Elf Bananen... Ach schön... Wow... Mir fehlt einiges hier... Ich weiß nicht... Ähm... Soll ich das offscreen machen... Oder soll ich das zeigen? Hm... Ich muss noch nachdenken... Ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben... Ich richte mich nach euch... Und auch zu... 5... äh... 5-3... Flotter Freiflug... Das klingt schon mal schön... Das klingt nach Instant Deaths... Das ganze Level ist in Instant Death... Egal... Ladebildschirm ist awesome... Yay... BAM... Hallo Urwald... Ich bin's... DK... Hier drin ist nix... Ist das hier? Nein... Ich wollte pusten... Ah... Wow... Holy Shit... Oh die Musik... Oh mein Gott... Gefangene Tiki... Das gefällt mir... Sterb... Ähm... Spinnen... Yay... Nicht... Yay... Weil Spinnen sind ekelig... Obwohl... Eigentlich Spinnen sind eigentlich cool... Ähm... Wohohoho... War das knapp... War das knapp... War das knapp... Ey... So... und... Über die Spinne weg... Ich glaube ich kann die Kamera gar nicht töten... Wenn man drauf springt... Dass sie einen giftigen Arsch haben... Ja... Ich glaube ja... Man kann sie nicht töten... Mir habe ich natürlich ewig länger gezockt... Und naja... Von daher... Bom... Oh... Oh... Oh mein Arsch... Ähm... Erst saven... Dann scheiße Bauern... So... Ich muss nur kurz auf das Auge kratzen... Ach... So... Und was war hier drin nochmal? Noch ein paar bisschen Bananen... Aber... Das ist klar... Show me your head... Mensch... Und runter... Und kein Sammel... Zack... Auf den Kiki springen... Wow... Nicht runterfallen... Wenn es geht... So... Das Plastal habe ich ja schon... Ah... Die Musik ist so geil... Ah... Ich versuche gerade zu singen... Aber meine singen Künste sind echt scheiße... Von daher versuche ich es uns zu unterlassen... Sonst... Boom Boom... Jugga Boom Boom... Jugga... So... Erstmal saven... Dann scheiße bauen... So... Und... Ah... Was? Yes... Kein... Puzzle? Wie unfair... Los... Wampf mal... Los... Show me your head, bitch... Nein... Komm her, du Suizid... Spinne... Ich brauche dich... So... Geh weg... Yeah... Ah... Jetzt kann ich noch pusten... Oh yeah... Geh weg... Pust... Wow... Hinter mir... Ah... Geht schon... Super... So... Komm her, du kleine Tiki... Du gefangener Tiki... Oh Gott... Woop... Rüber... Na... Da oben kann ich ran... Ah... Wusste ich es doch... So... Was ist hier verstanden? Ah... Und hier rechts... Links... Ist... Abgrund... Nein... Oh... Heilige Scheiße... Wow... Nein... Wow... Heilige... Muschalala... Ja... Womit... Ähm... Kann überhaupt Dieter ein Jetpack bedienen? Ich meine... Woher kann er das? Und zweitens... Woher kommt der Treibstoff? So... Und... Oh... 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 Hm... Fail... So... Und... Jawohl... Und... Oh... Boah... Das ist knapp, Leute... Das könnt ihr mir glauben... Äh... Ne... Ne... Ich lass mich nicht fressen... Hallo Tiki... Und... Tschüss... Er wollte mich nicht mit mir Hai sagen... Mit mir Hai sagen? Was? Mir Hai sagen... Was ist hier wenn ich hier alle Beranden einsammle? Was ist hier was cooles? Bittes ein Affenkönig? Yeah... Wurzel... Es kann nur EIN Affenkönig geben... Und DAS ist... Gold... Tiki... Ähm... Okay... Ich rolle... Nein... Okay... Der Tod war es mir wert... Weil die Puzzle-Welle nicht gespeichert... Aber... Das N... Wurde nicht... Gesch... Ah... Lass mich spielen... los... Ich bin jetzt... Um ein Zizid... Spinnen... Kommt her! Ich bin Ihr euch traut! Bam! Das kann man auch nicht umrollen... Also... Von daher werde ich das auch nicht versuuuuchen... Heilige... Heilige... Und... Na... Lieber nicht... So... Jetzt hier rüber... Ohne Fail... Ducken... Und hier hoch... So... Und hier runter... Wow... Und... Wow... RUMBLEJOE! Was? Hier unten ist noch nicht lang? Wieso sagt das kein Mensch? Ähm, ach so, deswegen. Weil ich wieder hoch muss, oh yeah. Komm schon! Ah, okay, gut, ich muss auf die blöden Dinge. Auf die kleinen Tickies. Auf die gefangenen Tickies. Was machen wir überhaupt da drin? Was ist vor der Gefangenschaft? So. Und rüber und das End wieder einsammeln. Wie freue ich mich da drauf. Oh man! Aber wer fehlt, hat dich zufällig zu bezahlen, sagst du. Und rüber. Ohoho! Ohne auf den Tickies. Und rüberfliegen. So, du stirbst mal. Du kriegst mich nicht zu messen. Dumm, dumm. Äh, umdrehen. Danke. So. Und rüber. Ähm. Noch egal. Wir machen immer wieder mal einen Freilers kaputt und ja. Ist doch egal. Ähm. Du bist eine blöde Spinne. Das würde ich für möglich gerne weghaben, aber... Oh! Ja! Doch, die Spinne kann man töten, aber... Oh, die brauchen zwei Hits. What? Die brauchen zwei Hits. Oh Gott. Wie ein bisschen das für einen kleinen Mini-Teil. Ah, Hilfe. Oh Gott. Um Himmels Willen. Warum? Oh! Bananen. Münze. Nein! Woah! Und rüber! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich warte! Da ist es geht! Nein! Didi! Ich habe Hilfe. Ich darf so eine Didi machen. Hurra! Heureka! Spiel! Hass mich nicht! Bananen-Münze. Ist mir egal. Draußen hat ein Zug vorbei. Ist mir nicht egal. Stört die Aufnahme. Wow! Und... Bananen-Münze. Oh Gott! Ist noch ohne Didi. Oh Gott! Hilfe! Es gibt keinen Gott. Ich bin der Gott. Meines eigenen Spiels. Jawoll! Sabuja! Okay, Sabuja hat glaube ich gar keine Bedeutung, also frag nicht nach. Oh mein Gott! Ach, Kong haben wir zusammen. Und... Zwei Puzzle-Teile. Oh ja... Okay... Darf ich dann nochmal ran? Aber ich würde mal sagen... Ja... Wir gehen im nächsten Park... Park? Ja, wir gehen im nächsten Park zu Cranky Kong. Und ja, bis zum nächsten Mal Leute! Cheerio! Hallo!